Diese Musik hat Schönheit in es und das ist sehr gut. Wir wollten zehn prägnante Songs zu dieser Geschichte schreiben, die auch musikalisch voll auf den Punkt kommen. Ich denke, das ist uns mit diesem Album sehr gut gelungen. Timo Tolki war von Anfang an gerade begeistert von unserer Musik. Er hatte viel Potenzial, musikalisches Potenzial, das er gerne ausschöpfen wollte. So haben wir eine Korrespondenz angefangen und als wir uns in Lugano getroffen haben, sind wir uns auf Anhieb sympathisch gewesen und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Den musikalischen Stylen konnte ich nicht sagen, was er ist. Das ist immer schön. Ich weiß, dass jemand, die Melodik-Musik mag, kann das hören. Es ist wirklich komplett neu, weil es die Orchestral-elementen gibt und es ist der Lauf. Wir hatten schon ein paar mit dem Hagel-Song. Es kommt in der Verkaufung der Lauf. Wir hatten diese Plenzen Haus. Wir haben vielen immer vorne, aber wir hatten uns keine Kreuzhause in der Lauf. Aber wir hatten die Lauf. Wir hatten auch eine Lauf ... Wir hatten eine Lauf steeplefasis-Musik, selbst gemixt und gemastert in seinem Studio in Finnland. Ich versuche, um alles zu einfachieren und zu machen die Songs, um die Leute zu erinnern, um sie zu erinnern, um sie zu erinnern. Seit dem Anfang dieses Projekts war es eine sehr schmerzene Energie, eine sehr positive Energie. Es war sehr einfach, als ich in Schwesterland mit Angelo kompose ging. Ich habe kurze Zeit gebraucht, um das Album im Gerüst aufzubauen. Danach habe ich dann die Orchestrierung übernommen. Angelo war mein Instrument und er spielte sein Instrument. Ich spielte nichts, ich war nur mit ihm sitzen und er hatte Ideen. Es war auch sehr schmerz. Als ich mit ihm im Tonstudio war, habe ich von Anfang an gemerkt, dass er weiss, wohin diese Songs sollen. So sind wir sehr schnell vorwärts gekommen. Diese Songs waren so leicht zu recorden. Ich kann sagen, dass es die easiest vocal-session in meiner ganzen Karriere ist. Ich musste nur, was auf dem Mikrofon herausgefunden hat. Es gab wirklich keine Probleme. Sie singt vier Songs in einem Tag. Ich habe sie nie gesehen. Ich kann nur sagen, dass sie ein sehr guter Sänger ist. Obviamente. Ich denke, es war eine unglaubliche Unterstützung und allein durch seine Ausstrahlung, die Ruhe, Präsenz, die er hatte, hat uns wesentlich zum Fortschritt beigetragen. Bei dieser Geschichte handelt es sich um das Abenteuer eines kleinen Zauberlehrlings, der durch seine Neugiere zu einem Schmetter kommt. Musik Dieses Mal haben wir kein Buch zur Geschichte geschrieben. Darum dürfen vom Buch nicht einiges erwarten. Und zwar neben den liebevollen und schön gestalteten Illustrationen von Belli Bucci von «Los dos Cuatro» haben wir die Geschichte in Kurzform neben dem Text erzählt. Und somit kann man auch musikalisch und visuell damit gehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020